In Show News 2509. Carsten Credé, Automobilexperte und Vorstand, verlässt Ergo zum Jahresende. Die von ihm aufgebaute Mobility Solutions wird in Ergo Deutschland integriert. SOMPO International hat Jérôme Gossé als Head of Cyber Insurance für Kontinental Europa ernannt. Gossé bringt umfangreiche Erfahrung aus Positionen bei CHAP, Zurich und Marsch mit. Die geplante Trennung von klassischen Lebensversicherungen durch Zurich gestaltet sich aufgrund von Verflechtungen von Viridium mit dem angeschlagenen Versicherer Eurovita komplizierter als erwartet. Gotha hat 100 Millionen US-Dollar in den Natural Capital Fund von Climate Asset Management investiert und erweitert ihr Portfolio um Naturkapitalinvestitionen. Balois verzeichnet im ersten Halbjahr 23 schlechtere Ergebnisse, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Gewinne im Lebensgeschäft. Dies führte zu einem Kursrückgang von 7,8 Prozent. Jung, DMS und Xi erwirbt sämtliche Anteile an der Plattform Plug Insurance, die auf betriebliche Vorsorge spezialisiert ist, aufgrund der Übernahme von e-Vorsorge durch Xempos. Ergo wird künftig alleiniger Eigentümer des norwegischen Krankenversicherers Storre Brandhelse vor sich kriegen. Die Gründe für den Verkauf blieben unklar.